Und neben der Möglichkeit, ein gesamtes Team als sogenannten Favoriten oder aktives, inaktives Team zu setzen, haben wir das auch für den Bereich der Kanäle. Dort ist es ein wenig anders, denn dafür klappe ich jetzt hier zum Beispiel einmal das Team auf. Hier habe ich nun den Bereich Allgemeinkanal vom Team Modern Workplace. Wenn ich auf die drei Punkte gehe, habe ich die Möglichkeit, diesen Kanal anzuheften. Klicke einmal drauf und der Kanal erscheint nun hier ganz oben. Um besser zu unterscheiden, werde ich hier auch nochmal den einen oder anderen Kanal mit anheften. Da ist uns jetzt dieser Bereich dazwischen gekommen. Nun gehen wir jetzt hier einmal den Bereich anheften. Und nun haben wir hier oben drei Kanäle. Was eben passiert ist, bei dem haben wir es gesehen. Wenn ich aus einem inaktiven Team einen Kanal anhefte, wird es automatisch zu meinem Team. Dieses Team ist nicht mehr ausgeblendet. Wenn ich nun hier allerdings auf Ausblenden gehe, bleibt meine Übersicht hier oben dennoch enthalten. Also eventuell müsst ihr dann doppelt arbeiten. Wie finde ich jetzt heraus, was ich hier angeheftet habe? Ganz einfach, ganz oben in der etwas größeren Schrift sehen wir immer den Namen des Kanals. Und darunter sehen wir den Namen des Teams. Dadurch, dass ich jetzt hier die Namenskonvention habe, ist das ein wenig einfacher zu sehen. Hier haben wir das Ganze nochmal. Der Kanal heißt Inhalt und das Team, wo ich das angeheftet habe, ist mein YouTube Schulungsbereich. Und auch beim Sprachkurs hier unten haben wir das Team und hier oben haben wir den Namen des Kanals. Das können wir natürlich auch wieder rückgängig machen, indem ich hier einfach auf Lösen klicke. Und dann verschwindet das wieder bei mir aus der Übersicht. Und wie ihr jetzt eben gesehen habt, haben wir zwar die Möglichkeit, einzelne Kanäle anzuheften. Dabei geht es aber auch nur um diesen einzelnen Kanal von einem Team. Wir können natürlich auch mehrere Kanäle eines Teams anheften. Auch das ist kein Problem. Ihr müsst halt nur schauen, ist dieser Kanal, den ihr da anheftet, wirklich für euch so wichtig? Seid ihr da so aktiv, dass ihr diesen anheften müsst, um dann am Tag eventuell XY Minuten zu sparen? Das könnt natürlich nur ihr entscheiden. Wenn ihr einen sehr, sehr wichtigen Kanal habt, heftet ihn durch an. Dann habt ihr ihn ganz oben in eurer Übersicht nochmal gesondert angezeigt.